Ich begrüße Sie zu israelnetz.tv mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Seit Beginn der israelischen Militäroperation Wolkensäule am 14. November sind über 800 Raketen in Israel eingeschlagen. Der Großteil davon ging in Südisrael nieder, aber auch in Tel Aviv und Jerusalem ertönte mehrfach das Raketenwarnsystem. Eine Rakete traf ein palästinensisches Dorf bei Bethlehem. Fast 400 Raketen wurden von dem System Eisenkuppel abgefangen. Mehr als 100 palästinensische Raketen landeten zudem im Gazastreifen. Die israelische Luftwaffe hat seit Beginn der Operation mehr als 1.500 Ziele im Gazastreifen beschossen. Dabei starben bis zum Mittwochnachmittag mindestens 138 Palästinenser. Auf israelischer Seite kamen bislang fünf Menschen ums Leben. Israel will durch die Militäroperation seinen Bürgern im Süden des Landes Ruhe vor den anhaltenden palästinensischen Raketenangriffen verschaffen. Bei einer Explosion in einem Bus in Tel Aviv sind am Mittwochmorgen mindestens 21 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe des Hauptquartiers des israelischen Militärs. Die Polizei ging am Mittwochnachmittag davon aus, dass ein unter einem Sitz deponierter Sprengsatz explodiert ist. Bundesaußenminister Westerwelle hat Israel im Gaza-Konflikt weiterer Unterstützung zugesagt. Israel habe das Recht, sich selbst und seine Bevölkerung zu verteidigen, sagte Westerwelle in Jerusalem. Er widersprach Darstellungen, wonach der palästinensische Raketenbeschuss erst nach der Tötung des Hamas-Militärchefs Jabari begonnen habe. Westerwelle hatte sich mit Israels Außenminister Liebermann, Staatspräsident Peres und Premierminister Netanyahu getroffen. Zum Ende seiner Nahostreise kam er in Ramallah mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas zusammen. Palästinensische Kreise hatten zuvor der Bundesregierung eine oberflächliche und einseitige pro-israelische Haltung vorgeworfen. Trotz der anhaltenden Kämpfe hat Israel am Sonntag die Grenzübergänge Kerem, Shalom und Eres geöffnet, um Güter in den Gaza-Streifen zu lassen. Ausländischen Diplomaten und palästinensischen Patienten wurde die Einreise nach Israel ermöglicht. 80 Lkw-Ladungen mit medizinischer Ausrüstung und Lebensmitteln wurden in das Palästinensergebiet transportiert. Der Übergang Kerem-Shalom wurde auch am Dienstagmorgen geöffnet, um 120 Lastwagen passieren zu lassen. Er musste jedoch nach einem palästinensischen Raketenangriff wieder geschlossen werden, als erst 24 Lkw eingereist waren. Palästinenser im Gaza-Streifen haben am Dienstag sechs Landsleute wegen angeblicher Spionage für Israel erschossen. Die Männer seien auf frischer Tat ertappt worden, sie hätten Hightech-Ausrüstung bei sich gehabt, hieß es in einem Radiosender der Hamas. Nähere Angaben zu den Vorwürfen wurden nicht gemacht. Hamas-Führer Abu Marzouk verurteilte die Tat. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er, die Morde seien nicht akzeptabel. Führer des Widerstandes sollten legale Mittel nutzen, um mit mutmaßlichen Spionen umzugehen. Auf sogenannte Kollaboration mit Israel steht in den Palästinensergebieten die Todesstrafe. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.